Und damit willkommen zurück zur vierten Folge von South Park The Fractured Butthole oder auch die rektakuläre Zerreißprobe, wenn ihr es auf Deutsch spielt. Ich bin hier mit Kyle. Komm schon, machen wir ein Selfie, um unseren Sieg zu trainieren. Und wir machen jetzt ein Selfie. Okay, ja, zwei Helden, die abhängen. Ja, zwei Helden, die abhängen. Mehr Follower für mich. Nice. Kyle. Ja. Alles klar. Weiter geht's. Tauli. Hi, ich bin Tauli. Wenn du ein Haus betrittst, kannst du ruhig alle Schubladen, Schränke und Türen öffnen. Ruhiga. Das war ein Kolchgriff. Ich habe die Kyle-Basis fertig. Alles klar. War ich hier schon drin? Ja, war ich letztes Mal. Ist da noch was drin oben in der Ding? In der Kiste? Hier nicht, ne? Nö. Alles klar. Okay. Wir müssen darüber zu Craig. Alles klar. Du musst nachts kommen. Nachts kommen? Es erwartet immer, bis es dunkel wird. Alles klar. Ey. Ey, du. Okay, da geht nicht. Schade. Ich wollte mir hier ein Selfie machen. Ich brauche mehr Follower und so. Ja, ja. Hier durch die Gegend laufen. Entspannt. An der Bushaltestelle vorbei. Eure Sexklässler. Das ist die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefersmahn die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen an der Mann zu reden. Zwing mich doch. Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind sie in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Kabel werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen Kuchen? Sexklässler sind viel zu stark für Dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, ihr seht meine dumme kleine Viertklässler. Du solltest besser verschwinden, du Penner. Okay, ja, nee, ich greif's jetzt nicht an. Den mach ich irgendwann fertig. Wer sagt denn, dass du coole Tanzmus drauf hast? Das hat eine Warn gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Lucien. Jetzt schau dir das an, Mann. Okay. Nee, der Tanz ist schon wieder viel zu aufgab. Dann trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Leute haben kein Popo, nur eine Kluake. Okay, Kampfvorteil. Okay, alles klar. Ich kann 14... 14 werfen. Und die Humankind ist am Start. Kein Verrettung! Gerechtigkeit von oben! Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussis! Jetzt geht's hier erstmal richtig auf die Schnauze mit dem Kamehamehaar! Brutal und kriegt brutal ab! Euch zeig ich, was brutal ist! Oh, scheiße. Flutschfinger. Du arm während eines Kliegneres zu andrückst. Hm, dann muss ich schnell auf. Ich drück jetzt armes ausprobieren. Zack! Boah, voll ekelhaft! Boah! Den Flutschfinger ins Ohr bekommt. Okay. Jury Kite! Muss ich jetzt auch aufpassen, dass... Sechstklässler sind ekelhaft und unhygienisch. Du willst nicht wissen, was sie mit ihren Handtüchern machen. Das finde ich wirklich nicht. Was ist das? Das ist ein Heel anscheinend. Ich kann nicht querschlagen. Das ist ätzend. Okay, warte, ich geh rein. Sorry, Leute! Viele wichtige Faktoren! Okay. Kann ich das machen? Nee. Ist das ein Heel? Okay. Ähm. Du kannst auf mich zählen! Oh, Junge! Okay. Die Animationen sind geil. Äh... Ah, scheiße. Okay, ich muss. Wappen. Oh, Tittenzwirbler. Aber dir brennt der Sack. Aber es ist Teilzeit. Alles klar. Und jetzt wird er richtig in die Mangel genommen. Äh... Ah, okay. Oh, Junge, 33 Damage. Alles klar. Jetzt gibt's auch die Schnauze. Das war sogar ein Kombo-Attack. Premium. Ich bin jetzt dran. Lass dich da von deinem Freund massieren. Ja. Ha, ha, ha. Gleich hast du gefickt. Ich bin drin. Okay. Wohlbekommst. Wuhu. Ich bin dabei. Oh, der Premium-Heal alle. Keine Gnade. So. Jetzt müssen wir fixen. Das nenne ich ne Ansage. Okay, was haben wir noch? Ihr Viertklassler seid ihr exerbrocken. Und... Tja! Fängst du jetzt an zu Holzwerk? Ah, da ist es schade. Das reicht nicht für die Ultimate. Das Jungigkeit ist startbereit. Also ich geh mal raus. Bitte stirb nicht. Tü-tü-tü. Aber wir machen das aber mal. Euch Platz zu machen, stellt unter Anti-Aggressionstherapie. Halt durch! 99%! Das kann nicht sein! Ha, 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 ha. Der stirbt gleich an Brandschaden, Mann. Hör den Zorn von Human-Kite! Das geht nicht. Äh. Zeig uns, was du drauf hast. Komm, ich will die Ultimate benutzen. Viertklassler versuchen eine teile Sache. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, Ultimate ist bereit. 8 HP. Mann! Den wollte ich von oben drauf. Ich würde aus diesen Tunnel Schutt und Asche machen. Ach, das war und der ist kalt. Äh. Das ist ernsthaft ein scheiß Brandschaden gestorben, Mann. Dabei wollte ich doch nur meine Ultimate benutzen. Okay. Dann halt nicht. Oh, gute Arbeit, Neuer. Das war ein Sechsklässler. Weiter so. Ja, da war der easy. Äh. Lutscher war dat. Ey, mate. Du willst ein Selfie mit mir? Jawoll. Negativ kreinig werden. Juhu. Peter Mullen, Alter. Die Olle ist schon Bracke. Du den Sechsklässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Nee, eher nicht. Oh, das glaube ich, sind wir jetzt. Die kenne ich nicht, die Jungs. Ja, hat sie. Braucht keinen Fernseher. Okay. Ah, da ist noch. Ah, Batterien-Snacken. Ja. Gegengift. Nice. Was haben wir noch? Äh, Pizza von Marco. Dreifach-Ballaststoffe. Keller. Wer lässt? Das sind die Eltern von... Okay. Okay. Wusste ich nicht. Äh, ich habe auch den Bruder oder Cousin nicht gekannt. Wenn man dann immer wieder Neues. Okay. Ich habe versucht, seine DNA zu entschlüsseln. So, was haben Mutti und Vati im Schlafzimmer. Stoffband. Eine Taschenlampe. Okay. Sleep Aids. Klebeband. So. Hier, Timmy muss ja auch irgendwie wieder hochkommen. Was haben wir da? Sterne. Alles klar. Boah. Das ist das behindertengerechte Klo. Wo muss ich hin? Da. Okay. Super. Okay. Komm schon. Richtig abscheißen. Coole Moves. Okay. Ja, Druck aufbauen. Nicht übel. Okay, warte. Coole Moves. Okay. Druck aufbauen. Mehr Druck. Mehr Druck. Okay. Dann wird es eng. Okay. Äh. Nicht ganz. Nicht ganz. Fast. Aber. Abgeschissen. Das nächste Mal. So. Ähm. Wir sind durch hier oben. Alles klar. Äh. Ich wollte eigentlich zu Craig. Da müssen wir hin. Jimmy hat wirklich... Ja, ja. Jimmy hat interessante Freunde. Ja, ja. Das ist... Ich könnte mir eigentlich ein Selfie machen. Na, nochmal zurückgehen. Wunderschönen guten Tag. Äh. Falsch. Ja, mit beiden. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzustellen. Und dann machen wir ein Selfie. Was geht mit dir? Gib erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Ach, klar. Okay. Jimmys Projekt. Den scheiß... Den Raskiner. Vermutlich. Das geht hier. Dann komm ich nicht rein. Sind wir schon bei Craig? Ja, oder? Nee. Von, ich fick deine Torca. Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Nee, bin ich nicht. Die Dicke ist, äh... Mir zu doof. Was geht bei dir? Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Ja, das kommt jetzt auf den Geschmack an, ne? Mint Berry Crunch. Da ist es schon. Minze und Beeren. Ah, ist klar. Hi, Leute. Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Lass mich in Ruhe, Spießer. Diese Stadt geht den Arsch. Es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Alles klar. Bist du ein Spießer? Rieche ich auf 100 Meter. Ich verweigere mich dem... Verpiss dich! Hau ab! Was hat er gesagt? Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine... Äh, das wurscht. Dem muss ich den Folianten bringen. Ganz machen die mit mir gar nichts. Da ist schon wieder so ein Yowie-Bild. Ihr seht das doch. Aber bringt mir nichts. Dann könnte ich keinen Furz hochwerfen. Brauche ich noch abschleißen. Geht das? Habe ich schon wieder Druck? Jawohl. Ich habe immer Druck. Alles klar. Es wird Druck aufgebaut. Jawohl. Ja. Okay, wieder Druck aufbauen. Ja. Okay, coole Moves. Äh. Super. Und... Abschleißen. Raustricken habe ich geschafft. Zack. Klomeister. Rang 2. Ja. Wieder EP gesammelt. Okay. Auf geht's. Was ist hier? Das Zimmer vom Bruder vermutlich. Da ist er. Da ist er. Henrietta's Buch. Dann kriege ich vielleicht noch ein paar Selfies. Das haben wir ja noch. Nicht. Okay. Leute, ich habe euer Buch. Jetzt will ich Selfies dafür sehen. Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Die heiligen... ...kerzen an... ...zünden. Okay. Bittst du nicht die heiligen Kerzen an? Hallo? Hallo? Jetzt drück schon drauf, du Penner! Meine Mom, die Spießer-Bitch, hat mir die Streichhölzer weggenommen. Dann brauchst du eine neue Fähigkeit. Schade. Das ist schon krank. Und alles clean. Oben. Kommst du rein. Zack, alles schwarz. Du längerst dich Super-Craigs-Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. No-Drone-Zone. Craigs-Haus. Okay, wir sind schon mal da. Okay, ich muss da hoch. Das wird vermutlich auch erst mit einer späteren Fähigkeit funktionieren, wenn die rot sind. Oder reicht Wurzwerfen? Vermutlich nicht. Doch, oder? Nee, reicht nicht. Okay, schade. Hätte er klappen können. Dort hinten liegt noch eine Tasche. Ich seh das doch. Mach das weg. Göttlich. Was? Göttlicher Verstärkerrezept. Okay. Craig. Also. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es. Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Hilf Craig, Stripe zu fahren. Wo ist dein Faddy? Faddy wollte doch auch noch mit mir reden. Morito. Nice. Geil. Okay. Faddy. Du wolltest mit mir reden wegen Yowie. Oh, ein Flyer. Wie vermeide ich Drohnen? Faddy hat keinen Bock auf Drohnen. Klar. Okay. Feuchttücher. Wieder hier ein Haufen Shit aus den ganzen Folgen. Nice. Indiana Jones Kostüm. Den ganzen Shit. So, okay. Was haben wir noch? Eine Luftpumpe. Okay. Ne, ich geh jetzt nicht kacken. Muss nicht ein Fuckboys draußen bleiben, Schild an meine Tür hängen? Fuckboys draußen bleiben? Was willst du? Ich hab zu tun. Ich will ein Selfie. Ne, sammel noch mehr Yowie für meinen Dad. Dann überleg ich's mir. Yowie? Faddy will mehr Yowie. Boah. Da sind Haare in eurer Badewanne. Ich werde euch jetzt erstmal richtig einheizen. Oh. Da. Okay. Sack. Druck aufbauen. Und. Nicht übel. Raus. Und ab geht's. Ich verstopfe die ganze Stadt. Kloherrscher. Oh. Ist das schon offen? Geht nicht auf? Okay. Schade. Okay. Cracks Meerschweinchen. Wo ist das? Wir suchen da jetzt. Auf geht's. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig. Das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Knallfrösche. Premium. Die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Ey, da ist er. In der Lüftung. Ganz oben. Ganz oben. Okay. Ähm. Doch. Hier. Zoomen. Feuer vor. Ich ziehe mit L auf das gesprungene Objekt. Okay. Drücke X. Knallfrösche. Oh, pass. Mach's nochmal. Oh, das war's. Folge dem Erschweinchen. Fang ihn doch, Kek. Mach dein Ding mit der Kiste. Oh, scheiße. Wow, scheiße. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte sein. Alles klar. Der hat keinen Bock mehr. Ja, bräuchte Rettungstripe. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Okay. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Alles klar, Super Craig. Super Craig, fick dich. Alles klar. Yo. Cool. Nehmen. Eine kaputte Ukulele. Alles klar. Der Craig aus Stahl. Boah, der sieht ja richtig premium aus. Ja, ja, Wunderarsch. Ah, da ist er. Ich bin Kunstsammler. Spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yahui. Yahui. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Ja, ich hab doch was. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Sag mir Bescheid, wenn du was für meine Sammlung findest. 10 Yahui in South Park. Okay. Ja, ja. Nicht schlecht, Neuer. Nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhnversteck. Kuhn Ende. Alles klar. Und das Kuhnversteck, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr wieder einschaltet, zu South Park der rektakulären Zerreißprobe. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.